ARD Text im Auftrag von Funk Die machen einfach RP, aber im Dings, weil in VR Natürlich habt ihr einen Döner, einen Kollegen hat, was ihr verkauft Ich habe auch einen Coupon bekommen, Junge Warum habe ich jetzt Führer? Junge, es gibt hier keinen Döner, geh mal weg ins McDonalds machen Hier gibt es keinen Döner, geh mal weiter Junge, da gibt es eine Anzeige Sieg dir geht lang Sieg dir geht lang, aber da räumiert hat er Ihre Bestellung bitte Ich hätte gerne ein Menü Wollen Sie noch ein Getränk dazu? Cola Und da vorne, sehen Sie das Getränk? Das wollte ich eigentlich Enduro, es knallt, ja Salame Erstmal voll der Allmann Enduro, es knallt, ja Salame Gib mir die Burger, los Gib mir die scheiß Burger, ja Mach Burger Fuck, das wollte ich nicht Komm du her, bring mir das Geld Das Geld, ja Mehr, mehr, mehr Wo ist der Rest? Ich will den Rest Sekunde, ganz kurz, ganz kurz Sekunde, ich Das dauert immer ein bisschen Ja, alles gut Ich musste kurz nachladen Gib die scheiß Gole, Mann Nein Bitte nicht, bitte nicht Alle, die im Laden sind her, kommen Los, zu mir Ich gebe euch drei eine Chance, okay Wir spielen russisches Roulette Eine Kugel, vier Personen Ich fang an Ich will nicht Drück ab Los Das ist so gut Gut, Glück gehabt Kommt her, kommt her Diesmal spielen wir auf meinem Mercedes Okay Jetzt wieder du Er hat ein bisschen Also er hat Pech gehabt Du hast dich, du musst wirklich machen Mach wirklich Willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung Äh, ja Einmal die Nummer 9 Ja Einmal die Nummer 6 Ja Ähm Große 7 Ja Dazu noch ein Happy Meal Spielzeug Nummer 3 Der nächste Ein Premium Salat Hä, warum, Bruder? Warum? Premium Salat Wer bestellt Premium Salat? Habt ihr da gerade eine Granate? Verdient Ich sag euch ehrlich Wer bestellt Salat? Schmeiß das Habt ihr offen? Oh meine Güte hier, harter Tag Harter Tag, ihr Salami Bruder, was machst du denn? Mach mal bitte Platz Ich muss hier auch noch Habt ihr noch Platz für einen? Danke Bruder, was ist denn jetzt? Ach, was ist das? Reicht der Platz? Guck dir mal den einen, der da guckt Bruder, der eine guckt einfach rüber Reicht der Platz? Ja, geht schon, danke Seid ihr behindert oder was? Was macht ihr da, Mann? Wir pissen Gehst du doch Ey, ich sag euch ehrlich Was machst du mit dem Ding vor? Reicht Bock auf HR Ihr seid doch krank Ihr seid doch alle krank Ja, das ist nicht Ja, warum nur nüß Ey, warte mal Das ist doch gerade Heavy Rain Musik Ja, das ist nicht Ja, warum nur nüß Ja, warum nur nüß Du hast ihn hingebracht Ist er tot? Krass Er ist nicht tot Ihr seid doch krank Ihr seid doch alle krank Nein Welches Spiel ist das? Ach, Dilara, wie geht's dir heute? Ganz gut Okay, Dilara, komm jetzt, halt meine Hand Wir laufen Stopp, stopp, stopp Haben Sie Waffen dabei? Nein Du lässt ganz Frankfurt rein, Bruder Was soll das? Ja, aber die sind wenigstens langgezogen Im Gegensatz zu dir Hör mal zu, ich wurde von Murat geschickt Welcher Murat? Zwiebel Murat Ah, sag das doch gleich Ja, okay Ja, Bruder, dankeschön, Kusik Ey, gib mal Check-up, Bruder Gib mal Check-up, Bruder Ja, Check-up Ja, ich hol dir was, okay? Ja, ich hol dir was Setz dich hin Ja, was machst du denn, Bruder? Machst du mir mal so ein Mische, Bruder? Und, wie läuft der Job hier? Ja, geht schon, geht schon Gestern wieder Stecherei gehabt Wenn du willst Wenn du willst, kann ich dich auch mit auf mein Zimmer hinladen Ach du Scheiße Wieso, mit wem machst du da rum? Geh ins Auto, geh zum Auto Haben wir da ein Problem? Oh Mann Was machst du meine Freundin an, Mann? Wie, was mach ich deine Freundin an? Warst du gesehen, dass sie was Lieber was mit mir zu tun haben, als mit dir? Was? Was? Komm! 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 Einfach typisch Genick, Bro Er dreht einfach komplett durch Er dreht komplett durch Neuer Tag, neuer Krieg Haha Still gestanden Okay Ihr könnt euch rühren Wie ihr mitbekommen habt Ist der Feind hier in der Nähe Des äh Des Dorfes Da stehen Leute aber Wir wollen Frieden Wir sind Menschen für Frieden Und wir Werden da hingehen und Sagen, dass wir Frieden wollen Und dann werden die aufhören Uns abzuschießen Was? Schieß ich? Nein! Ihr wisst momentan ist hier so ein Virus So ein Kokina Virus Und Ich hab die Heilungsspritze Stehen bleiben Malen Mach deine Mutter auf Schnell ein So Und du Warte mal was passiert mit euch dann? Die Spritze ist doch sicher Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Herr General Herr General Was? Was ist mit dir? Wir haben geträumt Alles gut Wir lassen die Spritze mal heute sein Okay Digga ich muss echt sagen ne Egal wie viel Scheiße immer so Magic Also ACTV labert und so Und immer so viel So viel Kacke immer rauskommt Aber der macht sich wirklich Immer richtig viel Äh Gedanken Bei den Videos Digga Das ist even nice Fühl dich richtig Gehen zum Dorf Habt ihr das verstanden? Auch wenn es für Ein paar Leute zu viel rumgeschrei ist und so Äh und Und ein bisschen zu viel Autismus Aber äh Finde ich nice man Fühl dich wirklich Auch der Ich glaub der cutt die Videos selber Wirklich gut gemacht schade dass du nicht dabei warst Ja der hatte mich gefragt Ich hab aber Ich hab wirklich einfach verpennt Boah ich selber gerade wäre bestimmt übel lustig gewesen aber egal Vielleicht nix immer Haben sie gerade nein gesagt? Ja ja sir Haben sie gerade nein gesagt? Okay Sie sagen es doch mal Was haben sie gerade gesagt? Ja nein sir Was haben sie gerade gesagt? Ja nein sir Ich hab gesagt ihr sollt nicht schießen Ihr macht mich beide so verrückt Könnt ihr mich gerade selbst umbringen Tun sie's nicht? Ich tue's nicht Sie tun es Los! Befehl ist Befehl Sie benötigen mich auf dem Schachtfeld Ziel auf deinen Kopf Die ist nicht geladen Drück mal ab Wißt du? Das war ein Ja Kannst du mir dieses Ding wieder geben Nein Das musst du nicht machen Jetzt hab ich kein Commander mehr Wir wollen Frieden Vergesst das beide nicht Also schießen wir nicht? Nein wir schießen nicht Leider Sorge General Schießen oder nicht Deutschland zieht an allen Fronten Also bei mir ist alles gut Auch bei OBS ne Also ich hab Bei OBS ist bei mir alles gut Das ist nicht mal so Also es ist alles grün Deutschland zieht an allen Fronten Deutschland Los weiter Okay stehen bleiben Hey da vorne Ein Panzer Da Er will Frieden Geht näher Los geht näher Sag dass wir Frieden wollen Er wird das annehmen Bruh Oh mein Gott Hans Hans Komm sofort zurück Oh mein Gott Nein Oh mein Gott Nein Ich brauch meine Pillen Oh meine Pillen Eine Minute 37 Sekunden Oh mein Gott Wie funktioniert das? Nein Nein aufpassen Nein Nicht gerade aufpassen Ich würd gern wissen wie das aussieht wenn man den Panzer drinnen fährt Aber das hat er glaub ich nicht gezeigt Nicht gerade aus Ich sag dir nicht gerade aus Nein King alter Gutes Video Legenden besank dass der Typ immer noch nach seinem Premium Salat fragt Wirklich ein gutes Video Wirklich ein gutes Video